Den Grabe Mühleweg gab es schon immer. Den Grabe Mühleplatz oder wer auch heißen mag, dann ab Sonntag jetzt in Bad Walze, der ist neu. Eine Augenweide für mich. Ich komme aus den USA, ich kann mich noch an den alten Platz hier erinnern und schön ist er geworden. Ein Premium-Objekt für Baden-Württemberg im Städtebau. Wird recht diese Auszeichnung erhalten. Die letzten Arbeiten sind noch im Kange, sodass am Sonntag die Eröffnung in vollem Umfang abgewickelt werden kann. Tolle Arbeit, tolle Gemeinde für die Touristen und natürlich erst recht auch für die Einwohner Bad Walze. Stolz dürfen sie sein auf diesem Platz und wir hoffen, dass er lange so erhalten bleibt. Und nicht durch Vandalismus oder sonstiges schon in Angriff genommen wird. In der heutigen Zeit ist es alles möglich. Wir hoffen, Bad Walze verschont bleibt und dass wir den Platz jahrelang per Generation genießen können.